Guten Abend und gratuliere Larry und Straubing zum Sieg. Ich denke, wir haben im zweiten Drittel durchaus die Möglichkeiten gehabt, das Spiel zu drehen, aber wenn du halt dann wieder nur ein Tor machst, dann ist es einfach zu wenig. Am Anfang hatten wir viele Strafzeiten, das war nicht so gut, aber wir haben uns im zweiten Drittel sehr gut in das Spiel gekämpft, im Endeffekt dann nicht gereicht und damit hat Straubing verdient gewonnen. Danke. Guten Abend, Dankeschön. Ja, es war das erwartete schwere Spiel. Ich habe nichts anderes erwartet. Krefeld kämpft so wie wir an jedem Punkt und ich denke, unser bestes Eishockey haben wir so wie gegen Nürnberg im letzten Drittel gezeigt und das spricht für die Fitness, die Jungs, aber letztendlich momentan für uns in diesem Kampf, wo wir uns befinden. Es geht nicht um Schönheitspreise, es geht um Punkte und heute haben wir die drei Punkte geholt und das ist das Wichtigste und dafür gratuliere ich meine Mannschaft. Dankeschön. und hier haben wir die Einsch positioniert eine blö